Oh mein Gott, ich glaube ich höre gleich, während ich gerade ein Video aufnehme, wo ich mich über Fabrizio Romano total abfeiere, weil er den Transfer als fix vermeldet hat, werde ich euch gleich hier dran schneiden. Postet Werder Bremen das Bild von Nabi Keita, das Ding ist durch, das Ding ist durch Freunde, guckt es euch an. Nabi Keita wechselt zu Werder, es ist, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Nabi Keita bei Werder, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, oh mein Gott, alter Schwede, alter Schwede, ich puste hier direkt runter, oh mein Gott, ist das genial. Wir haben Nabi Keita verpflichtet, Freunde, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier, Video kommt jetzt dran, ich muss es noch hinzufügen. Werder Bremen hat es jetzt offiziell aufbestätigt, Nabi Keita wechselt zu Werder, Mann, alter Schwede, oha. Oh mein Gott, Freunde, Nabi Keita ist fix zu Werder, es ist so geisteskrank, wie sich dieses Ding entwickelt hat, warum sage ich es fix, Fabrizio Romano hat gepostet und das mit Here we go. Wenn Fabrizio Romano schreibt Here we go, hat das mehr Bedeutung als jede Zeitschrift, als jede Sendung, als alles andere. Es ist eine Situation, die ich niemals hätte für möglich gehalten. Ich habe gestern noch gesagt, niemals wird das passieren. Es ist für mich eine Situation, wo ich gesagt hätte, das kann nicht funktionieren. Ich konnte es mir bis gerade eben auch immer noch nicht vorstellen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, irgendwann muss doch eigentlich jemand posten, ja, haha, verarscht oder so. Aber nein, es ist tatsächlich so gekommen, wie es kommen musste, gefühlt, nach den ganzen Anzeichen jetzt. Hier, Nabi Keita, Fabrizio Romano, ich habe direkt Übersetzung angemacht. Hier, los geht's, Nabi Keita, Nabi Keita wählt einen neuen Klub, nachdem er Liverpool als Free Agent, also ablösefrei verlassen hat. Jetzt soll er sich Werder Bremen anschließen. Vertrag bis Juni 2026 vereinbart, der sehr bald unterzeichnet wird. Hauptteil der Medizincheck-Tests bereits abgeschlossen. Nabi Keita kehrt bald in die Bundesliga zurück. Oh mein Gott, Freunde, wann haben wir das letzte Mal einen Transfer mit so einer Schlagkraft gemacht? Was geht ab, Alter, was geht ab? Und bitte, der Worum-Typ, der Worum-Typ, der das als erstes gesagt hat, schreibt es unten rein. Wir tun den Typ anpinnen, wir tun den Typ anpinnen. Er ist ein junger Gott, er hat es gestern vorausgesagt. Ich weiß seinen Namen, ich habe gestern noch gesagt, ich meine es auch nicht böse, dass ich mir es nicht vorstellen kann, dass ich es für unmöglich halte, wie die Leute, die das Video gesehen haben, wissen das. Aber ich habe es halt für ausgeschlossen gehalten. Und ich hatte auch richtig echt coole Gespräche, auch auf Instagram, wo viele natürlich auch Hoffnung hatten, aber auch gesagt haben, eigentlich kann ich mir es nicht vorstellen. Und so waren wir uns halt irgendwie alle einig in diesem Modus. Aber jetzt ist das Ding durch. Nabi Keita, ach du Scheiße. Nabi Keita wird zu Werder gehen und wird den Vertrag unterzeichnen. Das nächste Video zu Nabi Keita wird sein, die Vorstellung von ihm. Nächste Woche, so wie es aussieht. Anfang nächste Woche wird die Vorstellung von Nabi Keita sein. Freunde, das ist der beste Transfer, den wir in diesem Sommer hätten machen können. 100 Millionen prozentig. Ganz viele sagen, ja, hier Verletzungshistorie und so weiter. Damit werden wir uns alles noch befassen. Aber Nabi Keita wird zu Werder Bremen kommen. Versucht mal überhaupt diese Namen in Kombination zu sagen. Nabi Keita und Werder Bremen. Das hört sich so komisch an, so falsch an. Es ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und es sind auch schon wohl ein paar Sachen geleakt. Also zum einen wurde berichtet, dass sein Vertrag bis 2026 gehen soll. Was erstmal sehr, sehr gut ist. Weil tendenziell kann man ihn ja auch rein theoretisch wieder verkaufen, wenn er eine krass Saison spielt. Ich meine, 17 Millionen Mark hat er alleine. Nun mal so für den Kopf. Und er soll wohl ein Gehalt von 1,5 Millionen akzeptiert haben. Digga, in dem heutigen Fußball habe ich gestern das noch als unmöglich, als ausgeschlossen, habe ich das betitelt. Weil das keiner mehr macht. Keiner. Das wissen wir alle. Keiner macht das mehr. Er hat 7 Millionen bei Liverpool verdient. Nimmt jetzt 1,5 Millionen in Kauf plus Handgeld. Selbst wenn das Handgeld 3 Millionen ist. Oder 4 oder so. Ist das ein geisteskranker Transfer. Ein wirklich geisteskranker Transfer. Ich kann das immer noch nicht fassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir war es die ganze Zeit so, ich wollte mich auch gar nicht zu sehr freuen. Oder zu sehr hypen. Weil ich, so Dinger haben wir so oft gehabt in den letzten Jahren. Erinnert euch damals auch noch an Grujic. Dann mal so ein Dahoud-Gerücht. Dann mal das und das. Und immer wieder ist es dann, nee, Kiri. Letztes Jahr lange an dem gebaggert. Versteht ihr, was ich meine? Es ist immer gescheitert sowas. Aber jetzt, nachdem Fabrizio Romano das Ding mit Here We Go betitelt hat. Für die Leute, die nicht wüssten, wer Fabrizio Romano ist. Fabrizio Romano ist der Transfer-Experte schlechthin. 17,3 Millionen Follower auf Instagram. Und ist bei allen Transfers so ziemlich immer der Erste, der sowas preisgibt. Hat auch Messi als Erstes geschrieben und so weiter. Also wirklich in allen Belangen ist Fabrizio Romano immer der Erste eigentlich. Und deswegen können wir uns schon freuen. Das Ding wird durchgehen. Freunde, das Ding wird durchgehen. Nächste Woche wird er vorgestellt. Nächste Woche wird alles klar gemacht. Vielleicht durch die Meldung von Fabrizio Romano doch, vielleicht ein Stück eher. Aber nächste Woche auf jeden Fall. Jetzt kommen wir auf jeden Fall auch noch zu ein paar Ektaten. Und wie gesagt, ich entschuldige mich bei den Leuten, die aus dem Worum. Gestern haben wir nämlich viele, ich weiß nicht, ob es selber Leute waren, die da reinschreiben im Worum. Oder halt nur lesen. Aber wir haben viele Screenshots geschrieben. Und ich habe zu vielen Leuten geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen, unmöglich. Entschuldige mich bei allen. Es war einfach mein Gedankengang, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte. Vielleicht geht es ja ein paar Leuten ähnlich. Ich denke mal, es wird so sein. Aber wir können uns alle freuen. Und da heißt es jetzt auch Werder-Fans zusammenhalten. Nicht der eine, der hat der anderen gesagt, ja, wird nicht kommen oder wird kommen oder sonst was. Scheißegal. Scheißegal. Am Ende müssten wir Samba auf dem Tisch tanzen. Fabrizio Romano hat gesagt, Nabi Keita kommt zu Werder. Jungs, Jungs, es ist so geisteskrank. Es ist so geisteskrank. Jetzt ein paar Ektat mal. Nabi Keita, Markt wird jetzt gerade noch von 17 Millionen Euro. Geändert erst im März. Ist 28 Jahre alt. Wird erst im Februar 29. Also startet auch als 28-Jährige in die neuen Saison. 1,72 groß. Hauptposition, zentrales Mittelfeld. Junge, wir holen einen 6er-8er. Das ist der Wahnsinn. Und ZOM. Also er kann im kompletten zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Wir holen einen Mittelfeld-Allrounder. Wir holen einen Mittelfeld-Allrounder. Wie sehr haben wir uns sowas mal auch wieder gewünscht. Es ist so geil. Es ist so, so geil. Kann Liverpool jetzt verlassen? Eben ablösefrei. Das hatten wir schon. Seine Stats in der Premier League. 84 Spiele, 7 Tore, 5 Vorlagen. In der Bundesliga hat er in 58 Spielen 14 Tore und 13 Vorlagen gemacht. Also 27 Scorer in 58 Partien als zentraler Mittelfeldspieler. In der österreichischen Bundesliga hat er ebenfalls 27 Scorer gemacht mit 59 Spielen. 17 Tore, 10 Vorlagen. Und ist damals von Leipzig zu Liverpool gegangen für eine Summe von 60 Millionen Euro. Also, haltet nochmal fest, 60 Millionen Euro hat Liverpool Saison 18, 19 an RB Leipzig bezahlt. Und für die Leute, die jetzt sagen, ja, große Verletzungshistorie, es stimmt vollkommen. Und man kann den Cater nicht jetzt vergleichen mit dem von vor 3, 4 Jahren. Aber, was man auf jeden Fall machen kann, ist zu sagen, der Typ kann wieder dahin kommen. Er ist 28, er ist im besten Fußballer, Alter. Er kann wieder dahin kommen. Und wir haben, mit Verletzungen kennen wir uns aus, mit Füllkug. Auch da gibt es immer wieder Spieler, die beweisen können oder die es auch geschafft haben, da wieder hinzukommen und auch die Verletzungen ein Stück weit, das Ganze wieder hinzubekommen. Ihr wisst es selber, bei Füllkug hat es geholfen, dass er extrem viel Muskelmasse aufgebaut hat, somit viel deutlich besser dann war. Und seine größeren Verletzungen waren eben jetzt in der Saison 22, 23, hat er zwölf Spiele verpasst. Und am Anfang war es eine Muskelverletzung. Und da hat er vier Spiele, nee, 18 Spiele hatte er verpasst gehabt. Hier, warte mal, ich zeige euch mal kurz eine Verletzungshistorie von Cater. So, da seht ihr auch mal so ein paar Sachen, wie viele Spiele er auch immer verpasst hat. Das ist seine Verletzungshistorie. Die ist natürlich erstmal auch präsent, gar keine Frage. Aber es ist eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir einen Spieler, wenn er diese Historie nicht hätte und diese Umstände nicht wären, würden wir ihn auch niemals bekommen. Wir können nur Spieler mit Ecken holen. Also wir müssen uns auf Spieler konzentrieren, die eben auch gewisse Kanten haben, wie in dem Fall auch Cater. Das mit den Verletzungen muss man irgendwie in den Griff bekommen. Aber da muss man auch ehrlich sein, auch ein Cater, selbst wenn der 20, 25 Spiele in der Saison macht, ist eine enorme Leistungssteigerung. Das ist ja ganz klar. Und alle sagen, in dieser Saison hat er nur acht Spiele in der Premier League gemacht, beziehungsweise allgemein für Liverpool, glaube ich, 13. Aber ich finde, da sollte man auch auf letzte Saison gucken und, aber das ist ja erst letzte Saison gewesen. Letzte Saison hatte er noch 40 Spiele für Liverpool gemacht, zehn Spiele in der Champions League, 23 Partien in der Premier League, vier Tore, vier Spiele im FA Cup und drei Spiele im EFL Cup, dabei sieben Score erzielt. Insgesamt ist Hauptposition zentral im Mittelfeld aufgelaufen. 38 Spiele insgesamt im zentralen Mittelfeld gemacht, vier Tore, drei Vorlagen, wie gesagt, gemacht. Technisch super fein, technisch sofort der beste Spieler in unserem Kader. Ganz klar, beste Beibehandlung, beste Technik überhaupt. Kann das Spiel absolut eröffnen, kann das Spiel lenken, arbeitet aber auch viel. Hat er auch damals schon RB schon. Nachdem er von RB gegangen ist, das ist, also bei RB selber war er ein Wahnsinnsspieler. Überlegt mal, was der für einen Hype hatte. Und dass der jetzt zurückkehrt zu Werder, ist ein riesen Geschenk, zurückkehrt zu Werder, sage ich schon, zurückkehrt in die Bundesliga und jetzt zu Werder, ist ein riesen Geschenk, was wir annehmen müssen. Verletzung ist die eine Sache, aber ich will mich jetzt hier gerade einfach mal freuen über einen Navicator bei Werder Bremen. Ey, ich kann es immer noch nicht ganz fassen, ne. Ich freue mich jetzt, also erstmal richtig wegen Fabrizio Romano, weil er es gepostet hat. Aber ich sage euch ehrlich, auch richtig realisieren werde ich das erst, wenn ich ihn im grün-weißen Trikot sehe. Jetzt poste ich erstmal das Video, schreibt eure Gefühle und Meinungen unten rein. Ich bin sehr gespannt.